Herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor. Und viele von euch fragen sich sicher, wie kann ich 10.000 Euro passive Einnahmen im Monat erwirtschaften und mein Leben an einem Strand wie diesem verbringen. Wenn ich das wüsste, würde ich das selber tun. Ich habe aber weder 10.000 Euro passive Einnahmen, noch lebe ich an diesem Strand. Ich bin hier lediglich einmalig zum Schwimmen. In meinem Kanal werdet ihr lediglich einige Tutorials zu unterschiedlichen Bereichen im digitalen Themenumfeld finden. Also alle möglichen digitalen Tools wie Blender, Photoshop, Inkscape, Gimp, kostenlose wie kostenpflichtige Tools. Und ich versuche euch Problemlösungen bereitzustellen und euch in diese Programme einzuführen, damit ihr einen Überblick bekommen könnt und mit diesen Werkzeugen arbeiten könnt und eventuell eben auch ein bisschen Geld damit verdienen könnt. Ich würde mich freuen, euch in einem meiner nächsten Tutorials begrüßen zu dürfen. Und wenn einer von euch eine Idee hat, wie er 10.000 Euro passiv verdienen kann oder wie ich 10.000 Euro passiv verdienen kann, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.